Wahrheit, Shayla. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Äh, werden wir heute sterben? Nichts. Nein, Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Ah, so ein Trost. Werde ich wieder Autofahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantäne-Zone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt? Ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Ach, wir gehen endlich. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann nicht mehr hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ach, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nee, das hab ich aufgegeben. Poker gehört dir. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich. Okay, let's. Krieg ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr zehnmal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseer sagt das. Gut. Skelettseer kann ich mal. Gut, Ellie. Ah, ich hab eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins. Meinst du das Blaue? Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt's. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst. Ich bin dabei. Bingo! Bäm! Ich bin so schlecht. Tja, so wird das gemacht. Verdammt! Ha! Nummer zwei! Ja! Oh, ja! Ja! Ja, voll! Dretter! Die letzte! Ja! Steinwurf-Champion! Meins hat da härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Also, was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch, Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Krankenschwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nahe. Dir das bekannt vor? Hm, stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Was machen wir hier? Ich bin ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Schritteile Energie bekommen, stimmt's? Ach, komm mal mit. Erlich! Hier da! Ja. Auf. Okay. Oh, die wissen Sie. Oh, die weiß ich. Und dann stellt sich das. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Das musst du sehen. Warte. Ich weiß, was du vorhast. Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Wie zum Teufel komme ich da rauf? Wie zum Teufel komme ich da rauf? Oh Mann. Mann! Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was soll ich hier verlecken? Oh, Mann. Hier haben wir's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht finde ich welches. Oh, scheiße. Stalker. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Geh!